Ok, und damit seid Geust von den Zweigen Genome Hobbits und den Dolom zu einem neuen Netztest. Wir spielen den Android-Semulator, einen Android-Semulator, starten das Spiel. Die Anna spielen hier, oder Anna, die Druiden, Mary und Sophia sind in dem nicht verfügbar. Ok, mal schauen, was uns hier erwartet. Colony Ship im Weltraum. Der Weltraum, unendliche Weibung. Ok, Greg, you play the role of an Android whose task is to take care of a ship in colonization flight to the Alpha Centauri. I have prepared the simple mission for you, after which a musical reward awaits you. Your opinion is very important to us. Please share your experience with the game on Discord channel and on this theme forum. Ok, take forward one. Ok, wir sind im Cockpit. We invite you to play the first mission after completing the mission A. Musical reward awaits you. The team. Ok. Leaptop is not available. Ok. Task complete. Fast Sonic 2. Take the speed driver with music. Ok. Ok. The game. Deck Flashlights. Check Ventilation. Go to the lab and check the Ventilation lab. Go to R.R. Plains. Okay. 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 Let's move this level up. Let's go. Let's go. ok doch ist das hier ok doch noch, da kommen wir nicht rein ok kompatsch Aha, die Brücke. Aha, die Brücke. Ah, Nummer 1. Take broken module. Fast ein bisschen creepy so wie wir hier sind. Damaged Firm. Das hier. Schauen wir mal die Sache los. Task complete. Okay. Ich verstehe nicht ganz. Okay. Ich habe hier etwas übersehen. Ach du Scheiße. Stop the fire from sweating. Um. 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 Und breitet es sich nicht so schnell aus. Hm, klapp, 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 klapp. Ah, Panik. Ähm. Ähm. Sind noch mehr Feierlöscher irgendwo? Ähm. Der Rudi ist auch Feierlöscher. Er kommt die Feuerwehr. Ähm. Der Rudi. Der Rudi. Der Rudi. Der Rudi. Der Rudi. Der Rudi ist auch eine Feierlöscher. Der Rudi ist auch ein 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 Körper. Battery of life, 17% okay. Set the temperature. Ich habe die Schmerz-Warm gebrochen. Die Schmerz-Warm droppt seit... ... über 18 Degrees. Okay. Ich meine, die Bottle ist... ... 18. Und du? Muss ich hier vielleicht irgendwie löschen? Und du? Das war's für heute. Ich muss dann die Temperatur setzen. Okay. Okay. Hm. Okay. Okay. Well done. Okay. Well done. Well done. Okay. Das war's. Weltraum Wir machen was, die Kälte Temperatur 18 Das haben wir ja Fütteln, welche Wege Zu Külung oder so Ich weiß es nämlich nicht. Jetzt müssen wir erstmal die Fernseher wieder anschalten. Jetzt müssen wir die Dinger aufladen. Ich habe keine Idee. Entschuldigung. Entschuldigung. Das heißt, Ok, jetzt ist es 9,7 Was hier wärmer machen Ok, Feuer 87% Achso Hm Ok Ich weiß nicht, was hier noch putze da brennt Hm Ja, gut Ich bin mal ziemlich nutzlos So Ja Auf der Rütter Hier waren wir auch schon Ja Dann würde ich mal sagen Batterie ist eh lech Ich weiß echt nicht, was ich tun soll Ich bin jetzt hier überfragt am Rüder Ja 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 Da würde ich noch die restlichen das war jetzt wahnsinnig sinnlos ist der serverraum das kalt im wettraum russchmeißen kommen wir uns nicht immer die systemigkeit machen also ich verbleibe mit kraftnummer 2-3 mal durchs schiff ran ohne plan mit verstand im wettraum im wettraum auf im wettraum im wettraum sind wir Was mache ich hier? Ist der Brücker? Ist der Temperatur? Ok, aber ich weiß nicht wo. Ist da ein Cockpit irgendwie... ...ne Ruhe dafür? Das ist die Brücker. Da und wo die Temperatur... Das ist die Brücker. 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 Keine Ahnung wie man die den... Das ist die Brücker. Das ist die Brücker. Die Brücker. Die Brücker. Die Brücker. Die Brücker. Auf Wiedersehen, schnöde Welt, schnödes Universum, gute Nacht. Ein Prozent und war eine nutzlose Roboter. Brenzl, schatzstau. Android hat die Anwendung. Es ist nicht möglich, Android in Demo zu schlagen. All die Gäste sterben, wegen dir. Oh, sehr schön. Hier haben wir die Credits. Die sind schön dran. Im Spiel. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was das war. Habt noch einen schönen Tag. Autorenne. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020